Ihr Bioethanolofen soll aussehen wie ein Originalkaminfeuer. Mit dieser Keramikdekoration holen Sie sich echte Holzkaminoptik für Ihr Zuhause. Dank authentischer Struktur und natürlichen Farben unterscheiden sich die Keramikblätter kaum vom Original aus der Natur. Platzieren Sie nicht zu viele Keramikteile im Longefeuer und achten Sie darauf, dass der Abstand der Dekoration zur Scheibe mindestens 2 cm beträgt. Das Feuer kann den vier feuerfesten Ahornblättern nichts anhaben. Sie halten Temperaturen bis zu 1000 Grad Celsius stand. Stilecht, klassisch, zeitlos. Ein echter Blickfang für Ihr Zuhause. Also bestellen Sie gleich und genießen Sie die romantische Stimmung. Stille!!! Stilleمنys